Ja, hallo! In diesem Video wollen wir eine wichtige Formel beweisen, nämlich die sogenannte Dreiecksungleichung für komplexe Zahlen. Das heißt, Z und W, die hier überall drin vorkommen, sind Elemente von C. Z und W sind komplexe Zahlen. Gut, dazu werde ich jede Menge Formeln brauchen, nämlich zunächst einmal hier acht Formeln aus dem Bereich der komplexen Zahlen, dann eine Formel aus dem Bereich der reellen Zahlen und eine Formel aus dem Bereich der Relationen bzw. aus dem Bereich der Ungleichung. Also diese Formeln werden wir alle brauchen. Ja, der erste Schritt des Beweises ist der folgende. Ich werde beide Seiten der Ungleichung quadrieren. Dann erhalte ich auf der linken Seite Betrag von Z plus W zum Quadrat. Ist kleiner gleich. Und jetzt muss ich die gesamte rechte Seite quadrieren. Dazu schreibe ich sie in runde Klammern. So, und quadriere sie jetzt. Ja, an dieser Stelle taucht meist die Frage auf, ob denn dieses Quadrieren hier überhaupt eine Äquivalenzumformung ist. Zum einen haben die meisten nämlich vergessen, wie die Äquivalenzumformungen für Ungleichungen heißen. Und zum zweiten sind sie irritiert, weil ja hier überall komplexe Zahlen stehen. Da könnten ja ganz andere Äquivalenzumformungen gelten. Gut, fangen wir mit der zweiten Frage an. Also, ich habe zwar in der gegebenen Gleichung überall komplexe Zahlen, aber diese komplexen Zahlen stehen ja alle hier in Betragszeichen. Ja, und Beträge von komplexen Zahlen sind doch nichts anderes als reelle Zahlen. Das heißt, ich kann hier auf diese Ungleichung die gleichen Äquivalenzumformungen anwenden, als wenn ich hier überall nur reelle Zahlen stehen hätte. Eben weil überall nur Beträge stehen. Da müssen übrigens auch Beträge stehen, weil für komplexe Zahlen gibt es gar keine Ungleichung. Also sowas wie z kleiner als w plus 3 gibt es nicht. Warum? Ja, haben wir ja schon gelernt, die komplexen Zahlen sind kein angeordneter Körper. Das heißt, man kann die nicht miteinander vergleichen. Ja, es kann ja sein, dass z zwar einen kleineren Realteil hat, aber einen größeren Imaginärteil. Also so ein Vergleich macht keinen Sinn. Ja, und deshalb gibt es auch nur Ungleichungen, die so aussehen im Bereich der komplexen Zahlen. Ja, wir haben also gesehen, dass ich auf die gegebene Ungleichung sämtliche Äquivalenzumformungen anwenden darf, die wir aus dem Bereich Ungleichungen kennen. Gut, wiederholen wir die mal. Also, wenn ich eine Ungleichung habe, dann darf ich auf beiden Seiten der Ungleichungen jede streng monoton steigende Funktion anwenden, wie zum Beispiel x hoch 3. Das heißt also, ich darf beide Seiten der Ungleichungen mit 3 potenzieren. Ich darf auch auf beiden Seiten der Ungleichungen jede streng monoton fallende Funktion anwenden, wie zum Beispiel minus x hoch 3. Allerdings muss ich dann das Ungleicherzeichen umdrehen. Also nochmal streng monoton steigend ist eine Äquivalenzumformung. Streng monoton fallende Funktion anwenden ist auch eine Äquivalenzumformung, wenn ich das Ungleicherzeichen umdrehe. So, was haben wir denn jetzt angewendet? Wir haben hier beide Seiten quadriert. Das heißt, wir haben die Quadratfunktion angewendet. So, und jetzt haben wir ein Problem. Die ist nämlich hier im negativen Bereich streng monoton fallend und hier ist sie streng monoton steigend. Und deshalb hätte ich die eigentlich gar nicht anwenden dürfen. Ja, warum habe ich das hier trotzdem gemacht und warum ist das Ergebnis richtig? Schauen wir uns mal die gegebene Ungleichung an. Auf beiden Seiten der Ungleichung stehen ja nur Beträge und Beträge sind nicht negativ. Also positiv oder Null. Das heißt, wenn ich jetzt beide Seiten quadriere, dann quadriere ich irgendwas, was positiv oder Null ist. Das heißt, ich benutze nur diesen Ast hier. Den hier. Ja, denn ich habe ja hier positive Zahlen. Ja, und diese beiden Seiten sind positiv. Also positiv oder Null, genauer gesagt. Und diesen negativen Ast hier, den benutze ich gar nicht. Und deshalb zeichne ich den mal so gestrichelt. Ja, und weil ich eben nur hier diesen positiven Ast benutze, ja, wende ich eine streng monoton steigende Funktion an. Und deshalb ist das so wie hier eine Äquivalenzumformung. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Also eigentlich hätte ich von hier nach hier gar nicht quadrieren dürfen. Weil hier aber der Sonderfall vorliegt, dass beide Seiten nicht negativ sind, benutze ich ja nur den positiven Teil hier, diesen Bereich der Quadratfunktion. Und der Bereich, in diesem Bereich ist die Funktion streng monoton steigend. Und deshalb ist das so wie hier eine Äquivalenzumformung. Ja, also das als Hintergrund, warum man hier quadrieren darf. Gut, dann wischen wir das mal wieder weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, in der nächsten Umformung werden wir die linke Seite der Ungleichung ändern. Deshalb rahme ich die mal ein. Und zwar werden wir auf die linke Seite der Ungleichung diese erste Formel hier anwenden. Also ich habe die Formeln hier alle in der Reihenfolge der Anwendung aufgezeichnet. So, jetzt habe ich bloß ein Problem hier mit dieser Formel aus der Formelsammlung. Da taucht nämlich zufällig der gleiche Buchstabe auf wie auch hier. Aber dieses Z hat nichts zu tun mit diesem Z hier. Z ist hier eine komplexe Zahl und hier ist Z irgendein komplexer Term. Die Summe zweier komplexer Zahlen oder das Produkt oder sonst was. Ja, und weil diese beiden nichts miteinander zu tun haben, kommen die meisten durcheinander. Aber da kann man folgenden Trick machen. Man schreibt die Formel einfach nochmal ab und wählt aber einen anderen Buchstaben, zum Beispiel hier T für komplexer Term. Dann habe ich da stehen, also Formel 1 lautet dann Betrag T zum Quadrat. Das ist die linke Seite und die rechte Seite lautet dann T mal T quer. Gut, also das erstmal als Vorarbeit. Und diese Formel wende ich jetzt hier auf die linke Seite an. Und ihr seht schon hier, wenn ich diese Seiten, die linken Seiten hier vergleiche, ja, dann seht ihr, dass der komplexe Term T Z plus W ist. Also T ist hier Z plus W. So, dann kann ich natürlich hier dieses T auch durch Z plus W ersetzen. Z plus W und dieses T auch. Dann erhalte ich also für diesen Term hier für die linke Seite Z plus W mal Z plus W quer. Also schreibe ich da hin, Z plus W mal Z plus W quer. So, und die rechte Seite brauche ich nur übernehmen. Da mache ich noch nichts mit. Okay, und das kann ich wieder hier wegwischen. Ja, als nächstes wende ich die Formel 2 an und zwar hier auf diesen Term. Ja, und die Formel 2 sagt, wenn ich eine Summe zweier, wenn ich die Summe zweier komplexer Zahlen konjugieren will, dann kann ich auch die einzelnen Summanden konjugieren. Und diese Formel wende ich hier an. Das heißt, die einzelnen Summanden, also Z und W, werde ich einzeln konjugieren. Dann erhalte ich hier, also das übernehme ich nur, Z plus W. So, und jetzt geht es los. Die Summanden einzeln konjugieren. Dann habe ich hier Z konjugiert plus W konjugiert. Und der Rest wird wieder nur abgeschrieben. Gut. Als nächstes werde ich die beiden Klammern auf der linken Seite ausmultiplizieren. Dann erhalte ich Z mal Z quer plus Z mal W quer plus W mal Z quer plus W mal W quer. Und die rechte Seite schreibe ich einfach wieder nur ab. Okay. Als nächstes werde ich diesen Term hier verändern. So, ich schreibe mir jetzt hier nochmal drunter. Also W mal Z quer. Und zwar wende ich zunächst einmal hier dieses Gesetz an. Und dieses Gesetz sagt, wenn ich eine komplexe Zahl habe, dann bleibt sie gleich, wenn ich sie zweimal konjugiere. Und dieses Gesetz wende ich jetzt auf W an. Also hier steht zwar Z, aber ich wende es auf W an. Dann erhalte ich W konjugiert konjugiert, also zweimal konjugiert mal Z konjugiert. So, jetzt mache ich folgendes. Ich schreibe das mal ein bisschen anders. Ich nehme die erste Konjugation, die über dem W steht und setze die mal so in Klammern. Ja, dann kann man es besser sehen. So, und das Z lasse ich einfach so. So, und wenn ihr jetzt mal genau hinguckt, dann habe ich da etwas stehen. Und zwar, das ist dieses Gesetz hier. Ja, da habe ich also zwei komplexe Zahlen, zwei konjugiert komplexe Zahlen. Ja, habe ich hier auch. W quer ist die erste komplexe Zahl, die hier nochmal konjugiert wird. Und das ist die zweite komplexe Zahl. Ja, man muss also W quer selber wieder als komplexe Zahl betrachten, als Blackbox. Ja, dann habe ich hier zwei komplexe Zahlen, die beide einzeln konjugiert werden und miteinander multipliziert werden. Also genau die linke Seite hier. Ja, und diese Formel sagt eben, dass ich die Konjugation auch zusammenfassen kann. Also diese und diese hier. Ja, dann erhalte ich also W quer mal Z und die Konjugation wird zusammengefasst. Die Konjugation der einzelnen Faktoren hier. Gut, ich schreibe das allerdings in umgekehrter Reihenfolge, also das Z zuerst. Warum? Seht ihr gleich im nächsten Schritt. Ja, also ich habe diesen Term hier genommen, den ich hier grün eingerahmt habe. Ja, habe den durch zwei Gesetze umgeformt und habe das hier erhalten. Und dann schreibe ich das auch mal hin. Also W mal Z quer ergibt Z mal W quer konjugiert das Ganze. So, und den Rest brauche ich nur abschreiben. W mal W quer. Das dauert jetzt etwas. Okay, schon fertig. Und das hier kann ich wegwischen. So, in der nächsten Zeile, da mache ich ganz viele Umformungen. Fangen wir mal hier an. Da benutze ich eine Formel, die ich schon mal benutzt habe. Nämlich die erste, aber jetzt in der anderen Richtung von rechts nach links. Hier steht ja Z mal Z quer. Das steht hier auch Z mal Z quer. Und Z mal Z quer ist Betrag Z zum Quadrat. Also schreibe ich hier hin Betrag Z zum Quadrat. So, damit bin ich aber noch nicht fertig, sondern der nächste Term hier oder die nächsten zwei Summanden, die werden auch umgeformt. Was habe ich nämlich da? Da muss ich mal eben selber gucken. Da habe ich dieses Gesetz hier. Nummer 5. Nummer 5. Und zwar mache ich da wieder meinen psychologischen Trick, denn ich habe hier wieder den Buchstaben Z, der nichts mit diesem Z hier zu tun hat. Ja, gleicher psychologischer Trick wie gerade. Ich nehme da wieder den Buchstaben T. Dann habe ich hier statt Z ein T plus Z quer heißt dann plus T quer. Und das gleiche ist zweimal der Realteil und eben nicht von Z, sondern wir haben das T genannt. Ja, also das ist meine Formel, Formel Nummer 5 in einer anderen Schreibweise. So, und diese Formel hier wende ich jetzt hier auf diese Summe an, die ich hier grün eingekreist habe. Schauen wir erstmal, ob ich das darf. Das heißt, ich muss gucken, ob die linke Seite der Formel hier dieser Summe entspricht. Also, ich muss das hier haben, nämlich ein Term plus das Konjugierte des Terms. Und das habe ich hier. Ich habe hier den Term Z mal W quer plus das Konjugierte von Z mal W quer. Also, formal entspricht hier die linke Seite dieser Summe hier. Ja, und deshalb darf ich die Formel anwenden. Und das Ergebnis ist dann zweimal der Realteil und jetzt nicht eben T, sondern Z mal W quer. So, dann ersetze ich also das hier. Das ist das hier durch zweimal den Realteil von Z mal W quer. Okay. Ja, als nächstes wenden wir uns hier diesen Term zu. Der sieht genauso aus wie der erste. Da kann ich wieder diese Formel, Formel 1 hier oben anwenden. Bloß eben in der anderen Richtung von rechts nach links gesehen. Ja, und wenn ich das mache, dann erhalte ich eben hier Betrag von W zum Quadrat. Gut, jetzt habe ich hier noch die rechte Seite. Da gehe ich jetzt mal dran. Die habe ich ja bis jetzt immer nur übernommen, aber die muss ich jetzt mal vereinfachen. Und das mache ich am besten mit der ersten binomischen Formel. Dann erhalte ich da, also die erste binomische Formel lautet a plus b Quadrat gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Die kennt ihr aus der Schule. Die wende ich hier an. Dann erhalte ich Betrag von Z zum Quadrat plus 2 mal Betrag von Z mal Betrag von W plus Betrag von W zum Quadrat. Ja, an dieser Stelle heben sich jetzt hier in dieser Ungleichung ganz viele Terme auf. Und zwar muss ich mich daran erinnern, dass die Subtraktion eines Terms auf beiden Seiten der Ungleichung eine Äquivalenzumformung ist. Das heißt, wenn ich auf beiden Seiten zum Beispiel hier Betrag von Z zum Quadrat subtraiere, dann darf ich das machen. Das ist eine Äquivalenzumformung. Ja, und dadurch fällt hier Betrag von Z zum Quadrat auf beiden Seiten weg. So. Und so etwas Ähnliches passiert hier mit Betrag von W zum Quadrat. Auf beiden Seiten subtraieren fällt das auch weg. Und da sehen wir, dass da ganz wenig übrig bleibt. Nämlich zweimal der Realteil von Z mal W quer ist kleiner gleich zweimal Betrag von Z mal Betrag von W. Okay. Ja, und eine Sache kann ich gleichzeitig auch noch machen, wenn ich beide Seiten der Ungleichung durch zwei dividiere, also dividieren durch eine positive Zahl ist eine Äquivalenzumformung für Ungleichung, ja, dann fällt hier die zwei auf beiden Seiten weg. Und dann erhalte ich das hier. Wobei, ich schreibe mal hier dieses etwas mehr in die Mitte. So. Ja, als nächstes setze ich mir das Ziel, dass ich diesen Term hier so umforme, dass hier auch Z mal W quer drin vorkommt. Ja, wie mache ich das? Dann nehme ich einfach hier das nächste Gesetz, Gesetz Nummer 6. Und wende dieses Gesetz hier auf diesen Betrag an. Dann erhalte ich, also das hier schreibe ich erst mal nur ab. So, und hier erhalte ich Betrag von Z mal Betrag von W quer. Also ich habe einfach Betrag von W durch Betrag von W quer ersetzt, weil diese Formel das eben erlaubt. So, und jetzt wende ich direkt noch eine Formel an, nämlich die Formel Nummer 7. Und die sagt eben, wenn ich hier zwei Beträge miteinander multiplizieren, dann kann ich auch den Betrag des Produktes bilden. Ja, und wenn ich diesen Satz hier, Satz Nummer 7 ist das, hier drauf anwende, erhalte ich eben Z mal W quer. Ich schreibe es mal ein bisschen enger. Z mal W quer. Okay. So, und jetzt seht ihr, ich habe mein Ziel erreicht, was ich euch gerade gesagt habe. Ich habe hier Z mal W quer. Hier habe ich auch Z mal W quer. Ja, und damit ist der erste Teil des Beweises vollbracht. Ich habe hier die Dreiecksungleichung, die ich beweisen will, durch Äquivalenzumformungen in diese Formel hier überführt. So, was heißt das jetzt? Wenn es mir gelingt, diese Formel hier auf irgendeine Weise zu beweisen, Ja, dann ist damit auch automatisch bewiesen, dass die gegebene Dreiecksungleichung stimmt. Ja, denn ich habe ja nur Äquivalenzumformungen ausgeführt. Das heißt, diese Gleichung hier, Äh, Ungleichung, diese Ungleichung ist identisch mit der gegebenen Dreiecksungleichung, die ich beweisen will. Ja, also meine neue Aufgabe lautet nicht mehr die hier beweisen, sondern die hier beweisen. Und das machen wir im zweiten Teil, der jetzt beginnt, durch eine Abschätzung. Und dazu brauche ich drei Formeln auf einmal, nämlich 8, 9 und 10. Gut, beginnen wir hier mit der linken Seite der Ungleichung und wenden darauf hier Formel Nummer 9 an. Und die sagt eben, eine Zahl, eine reelle Zahl a, ist stets kleiner oder gleich ihrem Betrag. Ja, und die linke Seite der Gleichung ist ja ein Realteil. Und ein Realteil ist nichts anderes als eine reelle Zahl vom Typ her. Und deshalb kann ich den Satz anwenden, dass nämlich eine Zahl stets kleiner gleich ihrem Betrag ist. Also schreibe ich hin, die Zahl re von z mal w quer ist kleiner gleich ihrem Betrag, also Betrag von re z mal w quer. Okay. Als nächstes schauen wir uns die Formel 8 an. Die Formel 8 sagt mir nun, dass der Betrag des Realteils einer komplexen Zahl kleiner oder gleich dem Betrag der gesamten komplexen Zahl ist. Wobei diese komplexe Zahl z kann auch ein komplexer Term sein, so wie ich vorhin schon erklärt habe. So, und diese Formel Nummer 8 wenden wir jetzt hier darauf an. Dieser Realteil ist dieser Realteil hier. Jetzt taucht wieder das Problem auf, dass hier der Buchstabe z auftritt und hier auch. Und die beiden zs haben wieder nichts miteinander zu tun. Da müsste ich jetzt wieder dieses z hier in der Formel umbenennen. Aber ich denke mal, das könnt ihr jetzt im Kopf machen. Und deshalb wende ich die Formel direkt mal an und erhalte dann eben der Realteil dieses Terms hier, beziehungsweise der Betrag davon ist kleiner als der Betrag, wenn ich jetzt nur diesen komplexen Termen nehme. Also z mal w quer. So, und jetzt wende ich noch den Satz Nummer 10 an. Der Satz Nummer 10 beschreibt die Transitivität von Ordnungsrelationen, also von Ungleichheitszeichen. Und A, B und C, sagen wir mal, das sind drei Jungs, Anton, Bernd und Cäsar. Und da steht Anton ist kleiner oder gleich Bernd. Sagen wir mal einfach, der ist kleiner. Anton ist kleiner als Bernd. Das ist der Anton. Das ist der Bernd. Und Bernd ist kleiner als Cäsar. So, dann kann man daraus folgern, dass auch Anton kleiner als Cäsar ist. Anton ist kleiner als Cäsar. Das sagt mir die Logik, das sehe ich an diesem Bild, aber man kann das auch ganz formal hier definieren. Und diese Eigenschaft, wenn A kleiner B und B kleiner C, dann folgt daraus A kleiner C. Diese Eigenschaft nennt man Transitivität. Die Transitivität von dieser Ordnungsrelation hier, dieses Ungleichheitszeichens. So, und diesen Satz wende ich jetzt an. Hier habe ich A, B und C. Hier habe ich A, B und C sozusagen. Ja, und wenn das kleiner das ist und das kleiner das, dann ist auch das kleiner das. Schreibe ich mal auf. Der Realteil von Z mal W quer ist kleiner gleich der Betrag von Z mal W quer. Ja, und was habe ich da erhalten? Da habe ich genau das erhalten, was ich beweisen wollte, nämlich das hier. Ja, und ich habe gesagt, wenn ich diese Formel hier beweise, diese Ungleichung, dann habe ich automatisch auch die gegebene Ungleichung hier bewiesen. Denn ich hatte ja von hier oben bis hier nur Äquivalenzumformung durchgeführt. Ja, also nochmal zusammengefasst. Also ich hatte hier die Dreiecksungleichung, die ich beweisen wollte. Ich habe nur Äquivalenzumformung durchgeführt und zwar bis hier die Formel, die ich hier rot eingerahmt habe. Dann habe ich hier diese Abschätzung gemacht und durch die Abschätzung diese bewiesen. Und weil diese Äquivalent ist zur Formel, die ich beweisen will, habe ich den Beweis vollbracht. Ja, damit sind wir am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Ich verabschiede mich.